In diesem Finale starten auf der Bahn 0 von den Wasserfreunden Brandenburg. Anton Willi Müller auf der Bahn 1 on Lane 1, representing Uyumise Sporty-Clubi Gregor Zirk auf der Bahn 2 für die SG Schöneberg Max Jakobsschel auf der Bahn 3 on Lane 3, starting for Engelholms Simpsons Cup Daniel Kertes auf der Bahn 4 für die Wasserfreunde Brandenburg am Start Johannes Hinze auf der Bahn 5, starting on Lane 5. representing Stichur No. 1 Georgi Galchenko auf der Bahn 6, starting on Lane 6, representing Adonafair SE Benze Dort auf der Bahn 7 für die SC Delfin Lübeck am Start Falko Hemstra auf der Bahn 8 für die 1. Dresdner SG am Start Rikki Köhler auf Bahn 9 für die SC DHFK Leipzig am Start Alexander Bauch Das sieht nach einem Sieg für Bahn 4 aus. Auf der 4 als 1. Ziel Johannes Hinze in 28,75 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. So, dann geht's weiter mit dem Finale in der Altersgruppe 97, 98. The Final for the H-Group 97 and 98. Sieger Ehrung für die Jahrgänge 1999 und 2000. Victory Ceremony for the H-Group in 1999 and 2000. To the Tower, placing third in 29,43 seconds representing Dunnafair SE Benze Dort. Zweiter und Gewinner der Silbermedaille, placing second in winning silver in 29,13 seconds representing Engelholms SimSales Cup Daniel Kertes. Und erster und Gewinner der Goldmedaille wird in 28,75 Sekunden von den Wasserfreunden Brandenburg, Johannes Hinze. Herzlichen Glückwunsch. Die Entscheidung von RAKRZ Die Entscheidung von RAKRZ Siegerehrung für die Jahrgänge 97 und 98, Victor Ceremony for the age group 97 and 98.